hallo lieben und so weiter und so weiter ja heute ist mal mein tiefenpsychologisches wissen gefragt hier aber noch es gibt einen neuen kurs passive bindungsangst ich glaube muss für jeden liebe schippler ich glaube die meisten haben da ein thema mit bindungsangst ehrlich gesagt hier auf meinem kanal sind also häufig auch in diese passive richtung und wir haben neue boot camps auch mit so einem speziellen januar preis am start alles weitere abonniert mal also wenn ihr auch so weitere news haben wollt abonniert am besten meinen instagram-kanal die beschipp genau die marken vielen dank für deine arbeit ich bin dann unheimlich glücklich auf dich und deine wertvollen informationen gestoßen zu sein eine psychotherapie die ich 2020 gemacht habe und dir zuzuhören haben mich unglaublich weit gebracht ich habe kürzlich einen tollen mann kennengelernt wir lernen uns gerade kennen es bewegt sich alles in ruhigem fahrwasser kurs passive bindungsangst sage ich nochmal ich hatte in vergangenen beziehungen meist den plus wohl besetzt und kann mich mittlerweile kann mittlerweile mich und mein verletztes inneres kind voneinander unterscheiden und nehme es immer öfter wahr wenn automatische muster anspringen und übernehmen immer häufiger selbst versteuer dass das kind fahren zu lassen ich bin auf die begrifflichkeiten objekt konstanz und objekt permanenz gestoßen und hat sich in mir ordentlich was gemeldet kannst du die berühfe erklären wie kann ich diese fähigkeiten trainieren mir scheint da liegt für mich der hund begraben ja das sind zwei verschiedene sachen weiß jetzt auch natürlich nicht was das genau mit dir zu tun hat das musst du dann hoffentlich wissen objekt permanenz ist eigentlich ein begriff aus der kognitiven psychologie von piaget und ich meine das wäre ich würde zwar noch mal ganz genau obwohl ich bin eigentlich sicher dass das ist genau das ist die kognitive fähigkeit zu wissen dass ein objekt immer noch existiert auch wenn es nicht mehr zu sehen ist oder gibt so tolle versuche von piaget lernt jeder wahrscheinlich immer noch im psychologiestudium wo ich weiß nicht ganz genau wie die aufgebaut sind aber im großen und ganzen ja wird ein kind halt ein interessantes objekt gezeigt wird dann versteckt und es gibt ein bestimmtes alter wo die kinder deutlich machen dass sie immer noch wissen dass das objekt noch da ist und nicht so wie beim wenn kleine kinder sich mal verstecken und verstecken sich gar nicht machen die augen zu und denken die mutter sieht sie nicht mehr äh und nicht dass es eben nicht mehr da ist nur weil man es nicht mehr sieht aber ich vermute mal die interessiert sich mehr für das andere und das ist äh tiefenpsychologischer begriff nämlich die objekt konstanz und da zitiere ich einfach mal aus so einem werk tiefenpsychologie eine einführung von siegfried da haben wir hier auf seite 95 die hauptaufgabe dieser vierten subphase ist die endgültige errichtung und stabilisierung der emotionalen objekt konstanz also die vereinheitlichung der guten und bösen mütterlichen teilbilder also die gute mutter und die böse mutter böse mutter ist jetzt nicht wirklich eine böse mutter sondern eine mutter die halt mal nicht kann oder mal nicht verfügbar ist oder mal nicht macht was man will äh guten und bösen mütterlichen teilbilder zu einem ganzheitlichen bild von letztlich überwiegend positiver qualität also das kind äh vereint man sagt halt dass es davor in der phase kann ist das noch nicht so gut da ist die böse mutter die gute mutter und wenn man in dieser phase hängen bleibt dann haben wir so ein äh so ein thema mit sich vielleicht entwickelnder borderline störung die fallen ja auch immer so hin und her aus tiefen psychologischer sicht ähm also mal wird man idealisiert mal verteufelt äh dies ermöglicht dem kind in der erinnerung an eine trotz allem überwiegend sicherheitgebende introjizierte liebende mutter die reale abwesenheit dieser ertragen zu können das ist immer diese tiefen psychologische sprache äh aber ich denke es wird schon klar was gemeint ist ähm also man kann die abwesenheit der mutter ertragen weil sie eben nicht also da gibt es auch überschnitte vielleicht mit piaget äh sie ist halt noch da auch wenn man sie nicht mehr sieht aber es geht da eigentlich noch mehr um dieses positive negative teile äh vereinbaren können ähm durch die zunehmende fähigkeit zur realitätsprüfung entsteht auch eine klare selbst repräsentanz ich und du werden deutlich unterschieden und das kind kann nur noch akzeptieren dass die objekte keine narzisstischen selbst objekte mehr sind ja jetzt narzisstisch heißt was anderes in diesem zusammenhang aber das sparen wir uns jetzt mal äh also zumindest teilweise was anderes sondern als getrennte und andersartige reale objekte ihr eigenleben ihre interessen und eigenschaften haben wie das kind selbst also was die mutter alten eigener mensch ist ne wodurch die frustrationstoleranz innerhalb einer letztlich doch positiv getrönten beziehung gefördert wird die jedem das seine belässt diesen markstein der konsolidierung als beziehungsfähiges eigenwesen bezeichnet maler als die psychische geburt des menschen ja das ist doch herr tolle hauptsätze für die ewigkeit äh ich hoffe es ist das was du meintest äh weiß nicht ob du damit zu kämpfen hast oder ob du vielleicht meintest ähm meldet sich dein inneres kind wenn dein partner nicht mehr da ist und ähm keine ahnung kannst nur du wissen äh in diesem sinne wir sehen uns bald wieder ein